Schwerter, Schwere und Pfeil können nur Weg gegen sie ausrichten. Verlasst euch lieber auf Hämmer und Keulen, als was eine flache Kante hat, um sie in ihre Gräber zurückzuschicken. Kann ich euch sonst noch etwas über Untote erzählen? Was ist mit Leichenartig? Leichenartige Untote sind Gule, Zombies und Kruftstrecken. Bleibt außerhalb ihrer Reichweite. Sie sind zwar langsam, jedoch äußerst stark und ihre Berührung entzieht ihren Opfern die Lebensenergie. Ihre Angriffe übertragen auf Krankheit und verursachen Lähmung. Ich habe ein paar Tränke und Schrifträume, die den Effekt mildern oder verhindern können. Was habt ihr denn? Ich kann euch eine Heilung und ein paar Tränke anbieten, solange der Preis stimmt. Oh, kritische Wunden heilen. Ganz ehrlich, da ist schwere Wunden heilen zweimal besser, weil das heilt 34. Wobei viermal leichte Wunden heilen noch besser ist, weil das, ähm... Ne, 32 heilt, äh, da ist das besser. Aber kritische Wunden heilen nicht. Krankheit, geringe Genesung, Fluch brechen. Geld ist ja nicht so das Problem. Kann sie uns noch was über Geister sagen? Oder gucken wir mal... Oh, konzentrierte Heiltränke gibt's jetzt auch hier schon. Okay. Schöne Schriftrollen hat sie. Überzeugungskraft-Trank. Charisma plus vier, nicht kumulativ. Okay. Äh, das brauchen wir allerdings nicht. Ja, Kampf gegen Untote. Geisterartige. Die geisterhaften Untoten sind die gefährlichsten. Sie sind gerissen und mächtig und nur Magie. Das heißt, magische Waffe und Zauber können die etwas anhaben. Viele von ihnen können selbst zaubern. Geister schatten und Huse einbeziehen. All zu den geisterhaften Untoten. Hm, keine weiteren Informationen. Okay. Okay. Ey, ein neuer Stab des Feuers. Der aber nicht viele Ladungen hat. Hm. Oh, ein Schienpanzer. Pfeile. Und Böses Entdecken. Ein Heiltrack, der vergiftet ist. Den brauchen wir also nicht unbedingt. Au. Kleiner Schild, der nichts kann. Hier noch ein Schädel. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, die Käfer sind... Was, langweiliger Käfer? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Als ich euch näher springen mehrere Mefids aus der Lava und greifen an. Also Lava sickert durch die Risse in der Höhenwand und hält die Kammer hin und wieder blumbert und zischt sie. Streitkolben. Holzstab. Dieser verwitterte Stab aus Holz sieht schon sehr, sehr abgenutzt aus. Der Oberteil ist abgebrochen, als wäre der Kopf entfernt worden. Ja, den nehmen wir mal mit. Vielleicht kann ich die andere Hälfte des Stabes finden. Mhm. Das verdrehtes Geländer eines riesigen Würms windet sich an der Wand dieser Höhle entlang. Okay. Aber ich bin überladen. Mit diesem Schienenpanzer plus eins. Pfeile. Plus eins. Und ein Morgenstern plus eins. Worum geht es diesmal, wie ihr wünscht? Zehn Zirkone in der Wand hier. Way. Bibliothek, Treppe nach oben. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr seid zu weit entfernt, um das zu versuchen. Die Feuerschein brennt mit deiner violetten Flamme. Mhm. Worum, wie ihr wünscht. Na gut, dann gehen wir jetzt weiter. Hey there, right. Oh, hier gibt es was zu blündern. Blünder, ne? Was seid ihr denn, Schatten? Wie kann ich helfen? No mercy for those who are purist. Ewig wasser beim Wächter. Okay, der sieht böse aus. Oh, hier ist es. Okay, der ewig wachsame Wächter, der war etwas heftiger. Oh, was ist auf sie gewirkt? Attribut gesenkt, das ist nicht gut. Da hätte ich gerne mal eine Genesung. Oder hilft in Krankheit heilen. Nicht wirklich. Das hat sie jetzt nur irgendwie noch müde gemacht. Ausgebrannte Fackel. Was kann man damit machen? Diese Fackel muss an eine Flamme gehalten werden, um Licht zu spenden. Unter dem Schmutz und Dreck befindet sich das Bild einer schwarzen Hand. Das ist, ähm, Baines Symbol jetzt. Das heißt, wir haben da oben Balsymbol, hier haben wir Baines Symbol. Lassen wir erst mal Safana nach Fallen gucken. Dachte ich's mir doch. Worum geht es diesmal? Whatever you like. Ja, wie ihr wünscht. Balsymbol, Barakt und Verbührung war das, glaube ich. Bolzen, eine Tatsche und Edelsteinchen. Dann einfach nur eine Tatsche plus eins. Bolzen plus eins. Da hin. Geh, Gift, Gift, äh, Entkaputtes. Fluch der Schwäche, den lassen wir grad mal da liegen. Okay. Du siehst eine trübe Flüssigkeit in der Glaskugel herum wird. Das Glas sieht empfindlich aus. Du könntest es zerbrechen, wenn du wolltest. Oh. Wie ihr wünscht. Oh, keine Galotte. Nein, alles wegen des lieben Geldes. Okay, zwei Oka-Galotte. Schutzamolid. Kann nur keiner tragen. Ihr zähnet eure Fackle an der Roten Flamme. Zähnere Fackle an der Gelben Flamme. Hm. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ich hab so das Gefühl, das hier ist ein Hinweis. Das hier ist ein Hinweis. Auf irgendein Rätsel, was wahrscheinlich noch vor uns liegt. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. So groß ist es hier eigentlich nicht. You want me right? Oh, die trinken Tränke. Und das Licht leuchtet am Boden dieses Abkurtzes. Und unten hat für dein Dufes Brüllen. Hier habt ihr auch eine Brise gespürt. Hm? Okay, I need to keep that. Distract me. Bei so vielen Gegnern, vor allem starken Gegnern, die man beide hassen würde. Ein Heiltruck. Pfeile. Helme. Unsichtbarkeitstränke. Beißender Pfeil. Beißender Pfeil. Feuerpfeil. 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 Okay. Ja? Ich werde mich im Hand umdrehen darum kümmern. Ya? Ich werde mich im Hand umdrehen darum kümmern. Das müsste dann Myrkuhl sein. Ein Seil an der Seite des Abbrunseln könnte da ein Hochkletter, um auf die obere Ebene zu gelangen. Okay, auf sie ist jetzt geschwächt. Gewirkt. Oh, was ist jetzt auf mich gewirkt? Magiewiderstand gesenkt. Oh, mir war wieder ein Stab der Himmel. Und Tote festhalten. Ich konnte nicht komplett abschlagen. Oh, brennende Skelette. Juhu. Wie ihr wünscht. Ja? Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Oh, brennende Zauberskelette auch noch. Oh. Äh, voll, äh. Skelette schützen, auf der Fall. Ich weiß nicht. Okay, wer auch immer den Skelett-Magier, all. What? Yes. Ich weiß. Alles. Ich weiß nicht. Ähnlich. Ich weiß nicht. Hauptbad.